Sehr geehrte Frau Stathor und Frau Stehren, sehr geehrte Damen und Herren, als 2018 mit Fridays for Future eine globale Massenbewegung gegen die Zerstörung des Weltklimas und für ein menschenwürdiger und ökologisch nachhaltiger Zukunft auf unserem Planeten entstand, war die erste Reaktion der über 50-jährigen Mehrheit verwirrt und leicht belastet. Hatten doch einschlägige Jugendstudien der heranweisenden Generationen eine weitgehende Politisierung gescheitert. Die Belustigung riecht dann relativ schnell, fächsend von Beschwichtigung, Unvereinnahmen, paternalistischer Arroganz bis zu hasserfüllten Projektionen und wütender Abwehr reichten und reichen. Dabei scheint in der Infragestellung einer im großen Teil der Gesellschaft bis dato unglieder Fragen sozialen und ökologisch destruktiven Lebens- und wirtschaftsweise vor allem einfach ausschlaggebend zu sein, auf denen die Klimabewegung unnachgebend hinfasst. Wir alle sind stärkig. Und nach uns werden Menschen existieren, die versuchen müssen, auf der Grundlage unserer Taten und Unterlassungen ein lebenswertes Leben zu führen. In 50 Jahren, wenn die meisten von uns in diesem Saal bereits tot sind, werden die Kinder und Jugendlichen von heute noch die Auswirkungen der Beschlüsse spüren, die auch wir hier in diesen entscheidenden Jahren treffen. Ob wir eine echte sozial-ökologische Verkehrs- und Energiewende, eine sozial gerechte Stadtentwicklung und Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Zukunft hinkriegen oder nicht. Manche Schülerinnen und Schüler, die in der Regel mit 16 die sekundarischen Vereins abschließen, dürfen eine Ausbildung beginnen. Steuerzahlen ab 17 und unter bestimmten Bedingungen einen Führerschein machen, aber das Wahlrecht bleibt nun verwehrt. Warum? Werden sie an ihrem 18. Geburtstag plötzlich von bahnbrechenden Einsichten in Politik und Gesellschaft erleuchtet, die bis dahin verschlossen waren? Ich glaube kaum. Die Reichsverfassung von 1871 sah noch ein reines Männerwahlrecht mit einem Mindestwahlalter von 25 Jahren vor. Bei einer zur Hälfte weiblichen und durchschnittlich jüngeren Bevölkerung als heute bedeutet das, die Faktung 80 Prozent der Bevölkerung vom Wahlrecht auszuschließen. Begründet wurde dieser Ausschuss der großen Mehrheit damit, dass dieser aufgrund von mangelnder Selbstständigkeit und angeblich geringeren Geistbefähigkeit die Voraussetzungen fehlen würde, um eine informierte und verantwortungsvolle Wahlentscheidung zu treffen. Worum es aber in Wirklichkeit ging, war immer die Angst vor Veränderung. Verglichen mit den großen Ausweitungen des Kreises der Wahlberechtigten seit der Weimarer Verfassung von 1919 durch die Einführung des Frauenwahlrechts und mehrfache Absenkungen des Wahlalters bedeutet die inzwischen in vielen Bundesländern geschlossene und demnächst auch in der Bund diskutierte Absenkung des Wahlalters ab 16 einen relativ bescheidenen Schritt. In Hessen beträfe er ca. 120.000 Menschen. Demokratie lebt von Beteiligungen, insbesondere derjenigen, die deren Zukunft verhandeln wird. Und echte Beteiligungen bedeuten nicht nur gehört zu werden, sondern tatsächlich mitentscheiden zu werden. SPD, Grüne und Linke haben diesen gemeinsamen Antrag eingebracht, um ein Signal nach Berlin und Diesbad zu senden, mehr Demokratie zu wagen und mehr Menschen das Wahlrecht zu geben. Dies kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Ein weiterer wäre die Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten, die hier lebenden Menschen ohne einen deutschen oder jenigen Staatsanwinderung. Unser Ziel muss sein, gleiche politische Rechte für alle hier lebenden Menschen. Und zugleich geht es darum, Menschen nicht nur formell politische Rechte zu geben, sondern sie zu ermutigen, dies auch wahrzunehmen. Rund ein Viertel der Bevölkerung erwartet von Wahlen und Politik nichts mehr. Sie haben erlebt, dass jede Regierung, jede, die in den letzten 40 Jahren Politik gegen sie gemacht hat, Arbeitsmärkte dereguliert und soziale Schutzmechanismen geschleift, das Rentensystem und das Gesundheitssystem neoliberal umgebaut, die Wohnungsfragen im Markt überlassen, öffentliche Aufgaben privatisiert und mit der Politik der Agenda 2010 sie selber sozial beträchtet, ein Sanktionsregime unterworfen und in den niedrigregelnden Sektor gedrängt zu haben. Und zwar egal, ob sie SPG, CDU, Grüne oder FDP gewählt haben, von rechten Atemfängern ganz zu schweigen. Das bewirkt auch eine tiefe Legitimationskrise von Politik insgesamt. Wenn in sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen die Nordrhein-Westfalen und Wittmann-Weser-Tor gerade noch 15 bis 20 Prozent der Erwachsenen-Unbewirken zur Wahl gehen, weil viele die Hoffnung verloren haben, dass sie ihre Interessen vertreten und in ihrem Sinne politische Entscheidungen getroffen haben, dann haben wir alle hier ein fundamentales Problem. Lösen lässt es sich nur, indem die Menschen das Selbstvertrauen mehr erlangen, dass sie durch eigenes politisches Handeln bestehende soziale Ungleichheiten bekämpfen und Gesellschaft im Kleinen wie im Großen verändern können. Und diese Überzeugungsarbeit für die Wirkmächtigkeit politischen Handels, parlamentarisch wie außerparlamentarisch, beginnt bei den Jugendlichen und in fast allen Reitersogen der Bevölkerung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.